So, wie versprochen hier das Video, wo ihr seht, das mit der Grafik für den Livestream. Man kann jetzt auch mit, ich tue das Livestream mit Open Dashboarder oder so ähnlich heißt der. Ne, Open Broadcaster, genau, so heißt der. Ja, und dadurch kann man halt, ja man kann halt mit dem schon Livestreamen. Und man kann mit dem sogar auch aufnehmen, was sehr praktisch wäre, wenn ich jetzt eine gute Internetleitung habe, habe ich aber nicht. Vielleicht ändert sich ja das irgendwann einmal. Ja, wen interessiert das, dafür, dass du gerade in einem Helikopter unterwegs bist, mich nicht. Ähm, uuuh, lecker! Ja, ähm, ich, das werde euch das so einfach mal zeigen. Das ist nur so eine Probe, ähm, zeigt, dass ich euch, was ihr wisst, wie die Grafik ist. Dass ihr schon mal vorgewandt seid für Mittwoch. Und besser wird's, wird's momentan nicht. Wenn's mal besser werden sollte, kommt dazu auch ein Video hoch. Oh, da konnte ich gerade zustechen, hab ich gerade nicht gesehen. Kann ich alle auch zustechen? Nein, kann ich nicht, schade. Okay, ähm... Ja, so zustechen ist immer ganz interessant, weil... Weil wie viele von euch kommen denn jetzt hier? Okay, das hat dir den Rest gegeben. So, ich weiß auch keine Zeit... Uuuh, da ist schon wieder einer. Wo ist er denn jetzt hingesprungen? Ja, ähm... Ja, also, das ist nur so ein Test hier, für die, dass ihr jetzt wisst, wie die Grafik am Mittwoch sein wird. Oh, nein, ey, da kann ich nichts machen, jetzt bin ich eh tot. Und, tschüss. Ja, dankeschön. Gut, ich werde das Video jetzt eh beenden. Passt perfekt. Und nein, ich möchte nicht fortsetzen. Ja, und ich bin tot, das ist schön. Na gut, ähm, wie gesagt, das ist jetzt nur so, dass ihr wisst, wie die Grafik ausschaut. Und ansonsten sieht man sich dann am Mittwoch bei meinem Live-Theme oder bei meinen Let's Plays. Bis dahin, ciao, ciao!